Ihr Moinsen, meine Bruts und Willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 3. Im letzten Part waren wir in der Wüste von Gobi. Nein, es war nicht die Wüste von Gobi, es war die Hoppers Gorge. Und dort haben wir den Turm von diesem Typen kennengelernt. Dieser Turm, der sich so aufgestapelt hat, den haben wir entdeckt. Und zwar durch... Ja, durch was eigentlich? Durchs Flugzeug. Wir sind mit dem Flugzeug geflogen. Haben dafür gesorgt, dass wir auf leckere Art und Weise mit dem Flugzeug fliegen. Und haben, wie gesagt, diesen Turm entdeckt, mitten in der Wüste, mitten in der Hoppers Gorge. Und heute werden wir gucken, dass wir so langsam aber sicher... So langsam aber sicher... Hier in NerdEck, in der Detektei, die Quests machen. Hallo Erika, hier sind deine Bitten, ja Moin. So, wir haben relativ viele Bitten, wie ihr sehen könnt. Einige gehen sogar auf Level 64 und... Die drei Enten sind wieder am Start. Beziehungsweise die drei Schildkröten liken, wer noch die Enten kennt. Lul. Okay, ich würde sagen, wir starten durch mit... Ja, mit der chronologischen Reihenfolge. Machen jetzt nicht die Level 60 Quests, sondern fangen an, ganz weit unten, mit den, ähm... Supermiezen-Quests. Mirko, fange die Katzenmädchen. Eine Bitte von Katja von den Supermiezen. Also schnell nach Trugbild-NerdEck und mit ihr reden. Gut, dass wir die Möglichkeit freigeschaltet haben, nach, äh... Tagtraum-NerdEck zu kommen, oder Trugbild-NerdEck. In diesem Sinne... Supermiezen! Ja! Die Bannin rastet schon vollkommen aus, deswegen lasst uns mal nicht so palavern. Oh, eine Bitte von Katja! Katja, yes, 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 yes! Erika, reiß dich mal zusammen! Als ob wir eine Bitte von einer solchen Berühmtheit kriegen würden. Der Klient wartet den Tag, äh, Trugbild-NerdEck auf euch. Da schon wieder? Na, warum nicht? Gehen wir, Osapion? Ich finde es halt ein bisschen verwirrend, dass, äh, jetzt der Name Trugbild-NerdEck... Oh, hier ist ein Flugzeug. Eine Flugzeugposition. Ja, moin! Ich finde es ein bisschen komisch, dass man jetzt sagt, das ist, äh, Trugbild-NerdEck. Und vorher hieß es halt noch, groß, dick und fett, Tag-Traum-Tiefe. Erinnert ihr euch? Naja, wisst ihr was? Schwaezy-Time. Wir gehen zu Eulosionist und ziehen uns nach Trugbild-NerdEck. Machen wir die Fang-Quest. Das heißt, ein weiteres Fang-Spiel hier in NerdEck. Es gab ja schon mal eins. Naja. Die Supermiezen-Brodingos. Coolio, wir sind die Rätsel-Detektei-Random. Erika, es ist schrecklich. Was ist denn los, Katja? Ich will Verstecken spielen, aber niemand hat Lust zu suchen. Kein Problem, ich kann dich suchen. Schon wieder Verstecken spielen. Solche Detektive nicht Rätsel lösen. Sollten Detektive nicht Rätsel lösen. Ich bin bereit, wenn du es bist. Das heißt, wir fangen nur sie, oder was? Bist du bereit, Verstecken zu spielen? Äh, äh. Dann lasst uns anfangen. Wenigstens ist es nicht verschwarmen. Doch ist es. Denn du bist Mirko. Ach, scheiße, Bruder. Was? Haha, das ist verflixt lustig. Äh, lol. Jetzt warte mal eine Schwarm-Minute. Zeig mir, wie gut im, äh, Suchen bist. Du findest das Ganze wohl zum Schwarmen, oder? Ach, Mirko-Bruz. Äh, je. Ich finde 20 innerhalb von 3 Minuten. Ach, du heilige Scheiße. Okay, das ist, das ist eine krasse Quest. Ähm, ich glaube, da müssen wir öfters ran, weil ich glaube, Mirko ist ein bisschen langsamer unterwegs, ne? Hier ist Nummer 1. Komm jetzt, sprich sie an. Und es sind die gesamten Supermietzen. Ich bin ein Baum, ich bin ein Baum. Hä? Hä? Du lässt dich nicht täuschen, hä? Auf keinsten, Sirius. Alter, ey. 20 von den Supermietzen. Geht's hier weiter? Nein, was? Okay. Da ist die nächste. Kommen sie heran? Fuck. Ich glaube, ich muss mir... Ich kann mir kein Marathonicum reindrücken. Nein, das geht nicht. Hey, du hast mich erwischt. Du bist wohl richtig gut, oder? Okay, wir können kein Marathonicum nutzen. Scheiße, Bruder. Ah, hier ist direkt die nächste. Wusste ich's doch. Von unten, Sonja. Ja, wie von unten so. Ich, äh... Ich geb dir gleich von unten. Und die nächste. Von oben, Anja. Von oben klingt auch gut, du Sau. Zwinker. Hey, hey, je. Ich glaube aber nicht, dass wir hier, ähm... in die ganzen Seitengassen reinkommen. Ich glaube, hier ist es so, dass wir... in gesamt... also auf der gesamten Overworld nach den Supermietzen suchen müssen. Und es gibt ja eigentlich keine 20 Supermietzen, sondern irgendwie 5 oder so. Und die haben sich wohl ein bisschen dupliziert. Ich bin so nervös. Mein Mund ist schon ganz trocken. Ja, das kennt man auf jeden Fall, ne? Also da kann ich auf jeden Fall mitreden. Lol. Ich wollte eigentlich die andere fangen, aber dann stand hier Ronja rum. Was? Du hast mich wirklich erwischt? Ja, Brutz. Mirko. Ist aber schon irgendwie ein bisschen kreativ, ne? Dass man in der Position und aus der Perspektive von Mirko spielt. Hm, das Spiel ist aus. Ich gehe nach Haus. Muss los. Muss richtig los, Alter. Die nächste. Und nochmal, Anja. Oh, ein Kapsel... Was? Ein Kapselomat. Hey, wo schaust du hin? Meint die Kapselautomat? Wo? Wo kann ich jetzt neue Yokai ziehen? Wo geht das? Jetzt bleiben sie doch mal stehen. Hallo? Du bist unglaublich. Ernsthaft? Tut mir übrigens leid, wenn meine Stirn so weiß ist, aber das Ding ist so. Es scheint gerade halt, ja, Sonnenlicht rein in mein Zimmer. Und das strahlt mich an. Hey, könnten wir etwas weniger durch die Gegend rennen? Ich muss mir bei Zeiten echt mal Jalousien kaufen, weil ich habe halt solche Ranzvorhänge. Das kann es halt nicht Vorhänge nennen. Das sind so Ranzvorhänge, müsst ihr euch vorstellen. Drei Stück. Ah, schon wieder erwischt. So ein Pech. Das sind halt so Ranzvorhänge, die halt irgendwie nichts schützen. Die schützen dich nicht vor Tageslicht oder so. Das ist einfach nur so... Die sind einfach da. Also, Moin. Kommen Sie ran. Nächstes Mal werde ich nicht mehr erwischt. Du wirst... Du wurdest gewarnt. Habt ihr gesehen, wie da noch eine weggerannt ist? Ganz rechts. Ja, ja, ich wurde erwischt. Ich muss mehr üben. Die ollen Supermiezen. Ohne Witz, ne? Hä? Da steht auch noch eine rum. Komm ran. Du Sau. Die versteckt sich hier. Direkt hier hinter. Also, wenn man das Verstecken nennen kann. Es hilft nicht. Selbst im Schatten stehe ich noch hervor. Ist ja auch irgendwo was Gutes, habe ich gehört, ne? Ist ja nicht schlecht. Kommen Sie ran. Ich frage mich auch, ob es mehr als 20 NPCs auf der Karte gibt oder ob es genau 20 gibt. Also, ob es mehr gibt oder ob es genau 20 sind, die man auch hier fangen muss und finden muss. Ich bin so gut es ging weggelaufen und trotzdem hast du mich erwischt. Schande über dein Haupt oder Asche über dein Haupt. Du wirst begraben, du Sau. Komm ran. Ey, ich hab die angesprochen, Mann. Ja. Fang mich doch, wenn du kannst. Ja, hab ich doch schon getan, Mann. Sirius. Hast du den Schuss nicht gehört, Mann? Hier ist da noch irgendwo eine super Mieze. Da, noch zwei Stück. Und da noch eine. Ich hab jetzt aber schon im Umkreis vier Stück gesehen. Also, es müssen mehr als 20 sein, weil wir haben den Bereich im Nordwesten noch nicht untersucht. Ich wollte die Landschaft hier wirklich nochmal sehen. Ja, wirklich sehr schöner See ist. Das sind so wie, das sind richtige, also, das ist halt wie bei den Fliegen, ne? Näherst du dich, den Fliegen sie alle weg. Okay. Jetzt wird's ernst. Zeig, äh, war's schon vorbei? Ist vorbei, Pukodom. Ist vorbei. Aha, so ein Spaß. Das müssen wir mal wiederholen. Jawutz. Okay, es gibt also mehr als 20, weil ihr seht, wenn wir jetzt hier schon lang laufen, die steht einfach neben dem Baum. Ach, Sonja. Kein Kommentar. Ja, das, besser ist es, ne? Wenn du jetzt erstmal nichts dazu sagen tust. Aber wir haben's und das war sehr easy. Ich hätte mir das irgendwie schwerer vorgestellt, weil 20 innerhalb von drei Minuten, das klingt schon nach einer Hausnummer. Coolio, ich hab euch alle gefunden. Na endlich, dann können wir ja nachher... Wow. Ein Star ist geboren. Nicht schon wieder. Ich, ich, ich bin, ich bin ein Star? Holt mich hier raus, Bruder. Das Versteckspiel war in Wahrheit ein Vorsprechen, um ein neues Mitglied für die Supermietzen zu finden. Wirklich? Meine Glückwünsche, Erika. Du hast bestanden. Willkommen bei den Supermietzen. Ja, geil. Ich kann es kaum glauben. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Star werde. Was auch immer. Du und deine verflixten Fantasien. Ich muss wieder alles alleine machen. Na gut. Bitte erfüllt. So stark. Und ich dachte, jetzt wird nochmal getanzt und das entscheidet darüber, ob wir die Quest jetzt schaffen oder nicht. Aber das war alles. Fange die Katzenmädchen. Die Supermietzen. Ja. Ohne Witz. Ja, Brutz. Okay. Goldpuppe können wir bekommen. Ja, wie geil ist das denn? Kriegen wir aber eh nicht. Naja, gut. Das war das. Guten Tag, Supermietzen. Und hauen Sie rein. Also schon eine sehr strange Quest. Ja, dass wir hier irgendwie als Gestalt von Mirko die fangen müssen. Ich dachte, wir hätten irgendwelche Nachteile oder so, dass wir langsamer sind oder eine schwächere Ausdauer haben. Und es kann natürlich sein, dass die Ausdauer ein bisschen schwächer ist. Und dass wir ein bisschen langsamer sind, als würden wir mit Erika rumlaufen. Kann natürlich sein, aber ich kann mich auch... Vielleicht hat die Physik von Mirko ein paar andere Eigenschaften. So, nächste Quest. Wir rennen jetzt hier durch. Auf geht das. Hoppelhäschen. Was für ein Fall. Eine Bitte von Heidi. Da war doch mal was. Ich habe irgendwas in den Kommentaren von wegen Heidi gelesen. Aber was genau habe ich jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Schwayze. Eine Bitte von Heidi. Es gab einen Unfall im Häschengehege in der Schule Lenzhausen. Nicht die Hasen. Scheiße, Bruder. Ja, dann aber schnell dahin jetzt. Wir kriegen sogar eine große Kluge als Belohnung. Krass. Was ist eine Bitte von Heidi? Heidi. Ist das das coole Mädchen, das wir in der Bibliothek getroffen haben? Ja, die echte. Die allerechte Heidi. Krab, ihr kennt die genauen Details nicht, aber sie will, dass ihr so schnell wie möglich zum Kaninchengehege in der Schule kommt. Scheint mysteriös. Da steckt bestimmt was Interessantes hinter. Lass uns hingehen und nachschauen. Ja, machen wir das. Ich glaube, ich habe noch kein Portalex in der Schule gesetzt, oder? Ich glaube nicht, aber dafür... Na, Haus der Adams. Ich glaube, da sind wir relativ nah dran. Und ich meine, im schlimmsten Falle werden wir jetzt noch kurz zum Immerda-Markt. Gehen in Neudorf und werden dort Portalex aktivieren. Ehrensache. Genau, ja. Und dann ist die Frage, ob es in der... Oh, fuck. Dann ist die Frage, ob es in der Schule Lenzhausen noch einen Portalex gibt. Eigentlich ja schon. Damals gab es ja auch einen. Aber, glaube ich, nur für nachts, oder? Oder? Einen für nachts und vielleicht noch einer draußen. Müssen wir mal gucken. Äh, nein, nicht teleportieren, bitte. Danke. Ei, 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 ei. Ja, die Schule Lenzhausen. Die haben wir im Let's Play, also während der Hauptstory, glaube ich, nur ein einziges Mal besucht. Kann das sein? Hier übrigens, glaube ich, eine Quest fürs Radrennen. Sieht so aus. Also, das ist so ein komisches Symbol. Irgendwie so... Also, ich kann es nicht genau erkennen, aber das ist halt so ein Symbol. In der Art eines Play-Buttons. Also eines, ne? Nicht der YouTube-Play-Button, sondern ein Startknopf halt. Play. Ja, Portalex ist hier aber nicht. Vielleicht aber im Lehrerzimmer. Obwohl das strange wäre, sich im Lehrerzimmer zu teleportieren. Ne, auch hier ist kein Portalex. Vielleicht hier draußen, vor der Tür. Oder hier oben. Ja, das kann sein. Ja. Ich dachte kurz, okay, vielleicht ist da irgendwie so ein Special-Yokai oder so. Ähm, Shibanyan B oder, keine Ahnung, Komasan B, aber nein. Chillig-Vanilig. Und jetzt zum, äh, Häschen-Gehege. Ist schon nice, ne? Dass die, dass die Schüler hier sogar ein eigenes Gehege haben. Ich hoffe aber nicht, dass die die irgendwann schlachten oder so und dann irgendwie als Mittagessen verputzen die, ne? Die armen Hasen. Bruder. Also, das würde natürlich wieder so ein bisschen für, ähm, für die Schule sprechen, so. Ja, also ich meine, sie sind ja so, wahrscheinlich so Schulhasen. Das sind die Maskottchen. Aber auf der anderen Seite so, Ratsch, Kopf abschlagen, äh, Mittagessen, Bruder. Heidi! Es ist furchtbar. So hilf mir doch jemand. Was ist passiert? Sie ist ganz aufgebracht. Was ist denn los? Es ist so los. Die Kaninchen sind aus dem Käfig ausgeböxt. Jemand hat vergessen, die Tür zum Gehege zu verschließen. Ich mache mir solche Sorgen. Ich verstehe. Das ist dein Problem. Aber keine Sorge. Überlass es Detektivin Erika. Erika, insgesamt sind es fünf Kaninchen. Bitte finde sie, Erika. Sie sind vielleicht noch in der Nähe. Ja, lass uns zuerst den Schulhof absuchen. Kein Versteckspiel, oder? Das wäre lustig gewesen, wäre das jetzt so, finde fünf Hasen innerhalb von drei Minuten oder so. Ja man. Ganz ehrlich, so, äh, das, äh, ja. Ne? Hätte ich mir vorstellen können, dass das passiert. Hä, ist das da oben? Ist das eine Katze, oder? Das ist doch kein Hase. Das ist eine Katze. Das macht die auf dem Dach. Gucken, ob wir mit der reden können. Hier, damals übrigens hat man Boris angefreundet, falls ihr euch erinnert. Ach ja, das war damals auch so ein Stream für sich, ne? Ach, Sirius. Vielleicht ist ja ein Hase hier. Beim Schwimmbecken, aber sieht nicht so aus. Ne. Also, wenn, dann ist er schon im Wasser ersoffen. Oder, keine Ahnung. Wir können nicht mit der Katze reden. Ach, komm schon. Gut, aber hier ist nichts. Also, hier drin. Ich hab jetzt nicht in die, in die ganzen Ecken geschaut, aber ich denke nicht, dass hier ein Hase drin sein wird. Never. Ah, hier, guck mal. Ist sogar auf der Karte gekennzeichnet. Hab eins. Eins ist schon mal gefunden. Lass uns die anderen genauso schnell finden. Wäre natürlich ein bisschen scheiße, wenn ein Hase auf die Straße gelaufen wäre. Und dann von einem Auto überfahren worden wäre, ne? Hoffen wir mal, dass die alle hier auf dem Schulgelände sind. Da ist das nächste. Man kann es sogar auf der Karte erkennen durch die kleinen blauen Punkte. Da waren es schon zwei. Lass uns zum Kaninchengehege zurückgehen. Das geht verflixt noch mal schnell. Nur noch drei Kaninchen übrig. Alles klar, und weiter geht's. Ja, Brutz. Oi. Das nächste müsste hier sein, ja. Im Tor. Das spielt Fußball gerade. Hier ist wieder eins. Damit haben wir schon drei gefangen. Was für ein Torhüter ist das denn bitte? Ja, lass uns für den Moment zurück zu Heidi gehen. Dann werden wir nicht... Werden wir nicht... Wir haben doch gerade mal drei von fünf. Warum sollen wir jetzt mit Heidi sprechen? Bruder, das macht keinen Sinn. Aber im Falle, dass es so ist, dass wir zu Heidi zurück müssen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass... Das Suchen und Fangen nicht ausgestanden ist. Gleich kommt irgendwas Action geladenes. Und dann stecken da Yokai hinter. Und diese Yokai wollen die Hasen killen oder so. Nein, du sollst reingehen, Mann. Mach die Tür zu. Jetzt geht die Tür nicht mehr zu. Wir haben drei gefangen. Aber auf dem Schulhof sind keine mehr. Oh nein. Wo sind die anderen beiden bloß hingerannt? Vielleicht auf den Waldberg? Hey, was machst du denn hier? Rüdiger, Alter. Ist das so ein Rowdy? Wenn ja... Bruder, pass auf, dass du nicht gemobbt wirst wegen deinem Vornamen. Rüdiger! Oh, um ehrlich zu sein. Habe ich gerade zwei Kaninchen in Richtung Waldberg hoppeln sehen. Warum hast du sie nicht gefangen? Hä? Waren das Kaninchen aus der Schule? Tut mir leid. Ich dachte noch, wie ungewöhnlich wilde Hasen zu sehen. Der Waldberg, was? Ach so, Julian und seine Freunde wollten auf den Berg, um Käfer zu fangen. Vielleicht haben sie die Kaninchen gesehen. Ich schaue mich hier nochmal um. Nur vorsichtshalber. Danke euch beiden. Ich mache mir um die Kinder und die Kleinen Sorgen. Deshalb werde ich hier warten. Okay, Erika. Auf zum Waldberg. Okay, ich habe nichts gesagt. Rüdiger scheint doch irgendwie eine nette Haut zu sein. Der ist wohl auch nicht so asozial, wie ich das gedacht hätte. Grüße gehen raus, Mann. Dann ist bestimmt Karl gleich hier. Wird schon Karl das Lama. Was ist denn hier los, Alter? Lila-Truhe, Riesenkluge. Auf dem Boden liegt eine Riesenkluge. Rhein-Janes-Henz. Das schmeckt. Yum. So, die Frage ist aber, wo sind jetzt hier die Hasen? Hier könnte eins sein. Hier links. Das ist nur eine Katze. Alles klar. Vamos, Sprosse. Boah, was machen wir hier bitte hier für... Was kriegen wir hier für Top-Tier-Items, Mann? Die Quest sagt uns aber auch, wir müssen nach Norden gehen. Aber lass uns ganz kurz vorher hier nochmal einen Euro reinschmeißen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Am Anfang des Let's Plays haben wir das mal gemacht, aber danach und seitdem irgendwie nicht mehr. Okay, nichts passiert. Hm. Jedenfalls Karl das Lama. Dass immer alles auf ist. Ihr kennt es ja. Ein Landeplatz. Das wird noch eine wichtige Bedeutung haben. Das kann ich Ihnen aber sagen. Karl, warum hast du die Hasen gegessen? Na ja, ich hatte Hunger. Was soll ich sagen? Karl, das macht man nicht. Das tötet Kaninchen. Das tötet Leute. Ach ja. Hm. So, wer steht denn hier? Ah, guck mal, die drei Schüler, die angesprochen worden sind. Oh, Erika. Coolio, Julian und Lilo und Toni auch. Wann du, wenn du hergekommen bist, um Dokus Hirschkäfer zu fangen, würde ich aufgeben. Hier gibt es nämlich nur Zikaden. Ah, 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 ah. Hey, aber davon mal ganz abgesehen. Du siehst aufgebracht aus. Bist du wegen irgendwas Bestimmten hier? Ah, ja. Habt ihr hier irgendwo Kaninchen rumhoppeln sehen? Ja, ich habe gerade ein paar Kaninchen gesehen. Sie sind darunter gehoppelt. Am Ende des Pfades liegt ein verlassener Tunnel. Vielleicht sind sie dort. Ich wünsche, du hättest Kaninchen gefangen, statt Dokus Hirschkäfer. Wenn ich Kaninchen gefangen hätte, wäre es doch keine Käferjagd mehr. Ah, 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 ah. Das versteht sich ja wohl von selbst, oder? Naja, egal. Pass bloß auf dich auf, wenn du in den verlassenen Tunnel gehst. Mache ich, danke. Ich habe ja Yokai, die mir helfen. Meine besten Freunde, Yokai. Ich glaube, ich glaube, die hat einen an der Schüssel. Ja, Brut, das stimmt wohl. Auf jeden Fall. Gut, gehen wir mal kurz hier rein. Und, ah, der verlassene Tunnel. Wunderbärm. Ich glaube, ah, Rang D-Siegel. Gut, dass wir Rang A sind. Da könnt ihr auch mal sehen, wie low-level diese Quest ist. Ja, wir hätten die schon irgendwie in Part 30 oder 40 abhandeln können. Locker. Aber warte mal kurz. Gibt es hier kein Portal, Ex? Normalerweise müsste hier Heiner stehen. Oh Gott. Wer ist das denn da? Warte mal. Ist das ein Yokai? Das ist Schokamäne. Sieht verdammt groß aus. Der sieht irgendwie dreimal so fett aus wie Tristine. Was macht er denn da mit einem der Kaninchen? Wir sollten mit Schokamäne reden. Er sieht echt fett aus, oder? Also das müsste so ein Yokai sein, den man bei einem Kampf aus allen Positionen treffen kann. Da müsste er das ganze Taktikbrett besitzen. Na gut, moin. Schokamäne. Hey, was hast du mit dem Kaninchen vor? Ich hatte gar nichts vor. Sie haben sich verlaufen, also wollte ich ihnen den Weg nach Hause zeigen. Oh, wirklich? Er ist gar nicht so gruselig, wie er aussieht. Hier waren zwei Kaninchen, aber eines habe ich aus den Augen verloren. Tut mir leid. Ach, mach dir deshalb keine Sorgen. Danke für die Hilfe, Schokamäne. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der beim Weinen so gruselig aussieht. Wir müssten das andere Kaninchen finden. Warte mal. Hier, nimm. Vielleicht hilft es dir. Der Schlüssel. Okay. Ein Schlüssel? Ich hoffe, dass du ihn nicht benutzt. Aber wenn doch, sei vorsichtig. Wovon zum Himmel redet er? Vielleicht sollten wir den Schlüssel nicht benutzen. Halt's dir gut, du Sapion. Lass uns den Schlüssel benutzen. Hey! Dummes Schwein. Okay, ich habe das Gefühl, das wird böse enden. Und was so böse enden wird, das finden wir im nächsten Part raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid. Ich hoffe, dass es jetzt euch zum Zuschauen nicht zu langweilig wird, weil keine Hauptstory mehr. Wir machen Nebenquests und so. Ich hoffe, es unterhält euch trotzdem. Und ich hoffe, dass ihr mir trotzdem hier in Joker Watch 3 die Stellung haltet fürs Anschauen des Let's Plays, der Tutorial-Videos und so weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein. Und Feierabend! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!